Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie eine Ebene einfach so erstellen können und auch zusammenfügen können. Also wir öffnen zum Beispiel ein neues Projekt und das Projekt zeige ich euch, wie Sie zum Beispiel, ja, wie Sie in dem Projekt einfach so mit Ebene umgehen können. Hier haben wir schon eine erste Ebene, wie Sie auch hier oben sehen. Und wir können zum Beispiel ein Text draufschreiben, wie wir einfach wollen. Also wir schreiben ein Text. Heute geht es einfach um Ebene. Und wir schreiben zum Beispiel Ebene drauf und dann können wir zum Beispiel unsere Schriftgröße hier einfach größer machen. Da können Sie sich schon, wie Sie einfach Ihre Schriftgröße einfach machen können und vergrößern können. Und hier die Ausrichtung können Sie links recht und auch gezentriert haben und auch als Blogsat können Sie haben. Und mit diesem Werkzeug können Sie einfach auch arbeiten. Mit dem hier können Sie einfach das Projekt verschieben. Und wichtig dabei ist, dass diese Ebene einfach aktiviert ist. Die Ebene, auf der wir momentan sehen, Sie können einfach verschieben und positionieren, wo Sie einfach haben wollen. Mit dem Werkzeug können Sie einfach skalieren. Und ich zeige euch, wie Sie einfach Ihre Sache skalieren können. Und von daher geht es auch sehr, sehr einfach. Sie können zum Beispiel hier die Breite skalieren, wie Sie einfach haben wollen. Und die Höhe können Sie zum Beispiel skalieren, wie Sie einfach haben wollen. Und Sie merken schon, wenn Sie fertig sind, dann schicken Sie auf OK. Und mit dem Werkzeug können Sie nochmal richtig positionieren und nochmal skalieren, wie Sie einfach haben wollen. Also ich zeige Ihnen nochmal. Also ich zeige Ihnen nochmal. Also wir skalieren nochmal. Also wir positionieren erstmal und dann können wir nochmal einfach skalieren. Also wir positionieren genau da und dann können wir nochmal skalieren, wie wir einfach holen die Höhe. Dann machen wir einfach nochmal runter und dann ziehen wir nochmal nach. Und ja, jetzt sind wir schon fast fertig und wenn wir fertig sind, dann können Sie einfach auf OK und sofort sehen Sie schon, es ist schon fast fertig. Und wir können nochmal richtig positionieren in der Mitte, wie Sie einfach haben wollen. Und dann können wir zum Beispiel hier, haben wir schon eine Ebene hinzugefügt, aber wenn Sie eine weitere Ebene hinzufügen wollen, dann können Sie einfach hier auf diesem Reiter gehen und dann können Sie einfach nochmal eine Ebene hinzufügen. Und dann können Sie weiter haben. Hier können Sie einfach mit unserer Auswahl aus Alpha-Kanal markieren, wie Sie einfach sehen. Und dann wird es einfach markiert und dann können Sie zum Beispiel ausblenden oder Sie können zum Beispiel vergrößern, verkleinern oder fühlen, wie Sie einfach wollen. Wenn Sie zum Beispiel ausblenden wollen, dann gehen Sie einfach aus ausblenden hier. Dann wichtig ist, dass Sie einfach die Schriftgröße hier haben, 20 nehmen wir, die erste beiden Buchstaben und dann haben wir, ups, Entschuldigung, 20 und dann haben wir die beiden Buchstaben, die beiden Zahlen, die am Anfang sind und dann haben wir den Anfang. Und dann können Sie zum Beispiel nochmal weitere Ebene hinzufügen und von daher immer noch weitere Ebene hinzufügen und dann drücken Sie einfach hier. Sie haben die Möglichkeit, einfach die Ebene transparent oder weiße oder mit Hintergrundfarbe oder Vordergrundfarbe zu haben, aber Sie können transparent haben. Und was Sie hier gemacht haben, können Sie auch zum Beispiel fühlen, Sie können zum Beispiel injizieren, wir fühlen zum Beispiel mit einer neuen Farbe und dann sehen Sie, Sie suchen erstmal eine Farbe, die Sie haben wollen. Die Farbe haben wir schon, dann drücken wir auf OK. Mit dem Werkzeug können wir zum Beispiel fühlen und Sie sehen schon richtig das Gefühl. Mit dem Werkzeug können Sie nochmal richtig drauf drücken, damit es besser aussieht. Und dann können Sie zum Beispiel invertieren und dann können Sie nochmal, wenn Sie nochmal fühlen mit dieser Farbe, damit es richtig voll wird. Und dann können Sie zum Beispiel ein Typikat anfügen und dazu tun, dann können Sie auch unsere Ebene, dann fügen Sie einfach hier hinzu. Ein Typikat ist nur eine Kopie und dann können Sie nochmal zum Beispiel hier ausmachen. Und dann können Sie zum Beispiel jetzt die Ebene nochmal ausblenden, um das zu machen. Dann gehen wir wieder auf Ausblenden und es wird einfach, das Werk wird einfach unverändert und wir können jetzt unsere Ebene aktivieren, wie Sie sehen. Und wir können auch zum Beispiel das Projekt so drücken, wie wir einfach wollen. Sie merken schon, wie das Projekt aussieht und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, alle Ebene anfangen zusammenzufügen. Und wenn Sie zum Beispiel alle Ebene zusammenfügen wollen, wir machen erstmal Auswahl nichts, dann sehen Sie zum Beispiel, was wir gemacht haben. Wenn Sie alle Ebene zusammenfügen wollen, dann drücken Sie einfach mit der rechten Taste. Da können Sie einfach nach unten vereinen und dann sehen Sie schon. Oder wenn Sie alles auf einmal machen wollen, dann haben Sie auch hier die Möglichkeit, gehen Sie einfach auf Bild. Und dann können Sie zum Beispiel Bild zusammenfügen und sofort werden alle Bilder zusammengefügt und jetzt haben Sie auch nur eine Ebene. So können Sie einfach Ihre Ebene einfach zusammenfügen und von daher, ja, ganz, ganz simpel. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch getan zu haben.